Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt. Und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Bevor du dich auf eine Reise der Rache begibst, grabe zwei Gräber. Bevor du dich auf eine Reise der Rache begibst, grabe zwei Gräber. Das geht, das geht. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, dass wir nicht nur eines haben. Das ist ein Leben, zwei Dritte. Wir haben zwei Leben, zwei Dritte. Das ist ein Leben, zwei, drei Jahre, drei, vier Jahre. Wenn der Zorn aufsteigt, denke an die Konsequenzen. Wenn du die klügste Person im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Die lustigsten Menschen sind die traurigsten. Die Schmangel, der ein Schwerk versetzt, beginnt damit, kleine Steine wegzutragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir geben uns mehr Mühe, andere davon zu überzeugen, dass wir glücklich sind, als dass wir uns bemühen, es selbst zu glauben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein gesunder Mensch will tausend Dinge, ein kranker Mensch will nur eines. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Sie hielten es für eine Schande für sich selbst, nicht mit ihren eigenen Worten Schritt zu halten. Wer alle Antworten kennt, hat noch nicht alle Fragen gestellt bekommen. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Ein Edelstein kann nicht ohne Reibung poliert werden. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Die Menschen in der Antike mochten nicht viel reden. Außerdem kann ein Mensch nicht erfolgreich werden, wenn er nicht eine ausreichende Anzahl von schwierigen Versuchen unternimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir nehmen Ratschläge in Tropfen an. Aber wir verteilen sie in Eimern. Wenn das, was man zu sagen hat, nicht besser ist als wir beiden, dann sollte man schweigen. Studiere die Vergangenheit und die Zukunft. Wähle einen Beruf, den du liebst. Und du wirst keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten müssen. Arbeiten müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Leben ist wirklich einfach. Aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. Das Leben ist wirklich einfach. Das Leben ist wirklich einfach. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Und du wirst ihn einen Tag lang ernähren. Bring ihm bei, wie er seinen Reis anbauen kann, und du wirst sein Leben retten.